Hallo, hier ist wieder Bernd Gabel-Laber von findmehome.de. Ich darf heute den Mondsee vorstellen im Rahmen unseres sieben Sehenspecials und ich darf heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, den Kevin Ferstl, ein Immobilien-Experte vom Zell am See, vom Salzburg und vom Salzkammergut, der uns heute ein bisschen was über den Mondsee, über den Immobilienmarkt im Salzkammergut berichten wird und dann bekommen wir auch noch ein besonderes Projekt vorgestellt. Der Mondsee, was darf man kurz sagen? Bekannt als einer der ältesten Seen Österreichs, bereits in der Jungsteinzeit namentlich erwähnt. Hinter mir die berühmte Drachenwand. Generell der Mondsee, hier spricht man den jedermann im Dialekt. Ein besonderes Naturschauspiel hat man auch, wenn man im Hintergrund hier gerade in diesem Bereich tanzt der Nebel wie zu einer Musik. Also es ist wirklich ein einzigartiges Naturschauspiel. Der See wechselt auch permanent die Farben. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Hallo Kevin. Hallo Bernd, es freut mich sehr, dass du uns heute hier am schönen Mondsee besuchst. Vielen Dank, dass ich euch besuchen darf und danke, dass du uns hier einführst sozusagen für all jene, die noch nicht so Local Heroes hier sind. Kevin, meine erste Frage. Was ist für dich persönlich jetzt die Uniqueness von Mondsee? Also ich finde, dass Mondsee allgemein ein ganz spezieller Platz ist. Und was für mich immer ein wichtiges Thema ist, es ist für jede Generation hier was dabei. Wir haben einen wundervollen Golfplatz hier, den Golfplatz Drachenwand. Natürlich, wenn wir da runter schauen können gerade, ich glaube, der See spricht für sich. Und auch, egal ob es jetzt sportlich ist, von Golfen bis Wandern bis Klettern, aber auch kulturell, wie du vorher angesprochen hast, egal ob es jetzt der Mondsee Jedermann ist oder das Seefest. Und natürlich auch, wenn wir kulinarisch reden, können wir bei dieser Region nicht vorbeischauen. Und ich glaube, das sind Aspekte, was aber auch für diese Region sprechen. Ja, kulinarisch sage ich leider. Generell jetzt von der Immobilien Seite her. Kevin, was sind so die Trends in Bezug auf Immobilien zur Zeit am Mondsee? Ja, generell ist Salzkammer gut. Ich glaube, dass diese Überschrift raus aufs Land wieder mehr geworden ist. Und einfach diese Faktoren, Berge, Seen, allgemein die Natur, die Menschen bekommen wieder viel intensiveren Bezug dazu. Und das merkt man auch bei dem Thema Wohnen, dass es die Leute wieder in solche wunderschönen Regionen wie hier zieht. Also Stichwort Urlaub und gleichzeitig Arbeiten. Genau. Wenn man angesprochen hat, natürlich die letzten Jahre war sehr viel das Thema Homeoffice. Und ich glaube, das merkt man auch bei Wohnen. Die Menschen sehen wieder, wie wichtig das Thema Wohnen ist. Gerade wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt und durch die Digitalisierung ist halt einfach das Homeoffice sehr präsentes Thema. Und deshalb legen die Menschen wieder Wert darauf. Und natürlich mit solchen Aussichten und solchen Lagen oder mal am Wochenende Berg rauf zu gehen. Ja, das spricht einfach die Menschen an und macht es einfach angenehmes Klima. Jetzt, wenn du generell, wie schwer ist es? Weil wir bekommen ja oft die Frage von von unseren Wiener Kunden, von unseren Kunden aus intern aus dem internationalen Bereich Deutschland, Schweiz. Jetzt gefällt es uns hier im Salzkammergut. Wir würden gerne eine Immobilie kaufen. Kann ich sie überhaupt noch kaufen? Was hat es mit dem Thema Beidoulette auf sich? Das ist so ein großes Fragezeichen, wo du ja wirklich ein absoluter Experte bist. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären. Gerne. Also grundsätzlich ja. Es ist noch nach wie vor möglich, bei uns eine Immobilie zu kaufen, auch als ausländischer Käufer. Es gibt zwei Faktoren, was das einfach ein bisschen eine Thematik machen. Einerseits muss sich darauf achten, wie ist die Widmung der Immobilie. Also es kann nicht jeder Käufer jede Immobilie kaufen. Und da geht es viel mehr um die Nutzung auch. Wie darf ich die Immobilie nutzen? Als auch, wie du es richtig gesagt hast, das Beidoulette-Thema ist sehr präsent worden in den letzten Jahren. Gerade im Salzburger Land. Aber ich glaube, dass auch hier in Salzkammergut präsent werden wird. Vielleicht wenn ich das kurz erklären darf. Bitte, wie darf man sich das Beidoulette vorstellen? Wie funktioniert es eigentlich? Grundsätzlich ist ein Beidoulette-Konzept ein Full-Service-Hotel, wo Anleger sich eine Immobilie erwerben können und so einfach eine sichere Kapitalanlage haben. Ganz wichtig, man muss unterscheiden, das ist kein Zweitwohnsitz. Das ist ein reines Investment, eine Kapitalanlage. Das heißt, der Käufer kauft seine Wohnung oder sein Apartment in Kombination mit einer verbindlichen Betreibervertrag. Das heißt, da ist ein Full-Service, ein hochwertiger Hotelbetrieb und der kümmert sich um alles und der Investor bekommt seine regelmäßige Rendite und bezahlt. Die zwischen drei? Drei bis vier Prozent ist realistisch, da sind wir im Netto-Bereich und ja, so hat der Investor eine sichere Kapitalanlage. Die ist in der jetzigen Zeit eh immer schwieriger, wo man sein Kapital noch sicher anlegt und Immobilien ist halt auch gerade in den letzten Jahren eine super Form worden für eine Kapitalanlage und ich erwirtschafte zusätzlich eine gute Rendite und auch diese Beidoulette sind definitiv auch ein Mehrwert für die Region, weil es schafft regional Arbeitsplätze und es bringt wieder einen sehr guten Tourismus in die Region rein. Okay, vom Verhältnis her, wenn du jetzt sagst, es wird gekauft, Häuser, Villen im Verhältnis zu Wohnungen, im Gesamt jetzt im Salzkammergut, könntest du es ein bisschen aus deinem Gefühl heraus, ist der Trend mehr zur Wohnung oder? Ich glaube, dass da jetzt gar nicht so um den Trend geht, sondern viel mehr um das Angebot. Und das ist halt die Problematik, dass allgemein das Angebot sehr rar ist aktuell. Es ist sehr viel Nachfrage, aber wir haben sehr wenig Angebot. Vor den solchen Top-Seegebieten ist halt das Angebot sehr begrenzt. Und natürlich, da ich durch die Wohnungen bei Neubauprojekten eine gewisse Masse habe, glaube ich schon, dass mehr Wohnungen gekauft werden, weil halt doch ein Haus oder ein mit Sehblick noch seltener ist, als wie jetzt eine Wohnanlage mit fünf bis zehn. Gibt eigentlich der Markt vor, es ist gar kein Trend. Genau. Und es gibt immer schon Preise. Können wir ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so im Schnitt pro Quadratmeter first row and second row rechnen müssen? Ja, können wir gerne. Grundsätzlich ist es so, es ist immer schwierig, genaue Quadratmeterpreise zu sagen. Und das wirst du sicher auch wissen, die Makler reden auch immer ungern über genaue Quadratmeterpreise, hat diesen Grund, weil solche Lagen werden sehr individuell bewertet. Und gerade erste Reihe zum See, das sind ja meistens sehr liebhaber Objekte, wo auch sehr viel auf Ausstattung, Einrichtung etc. geachtet wird und das halt auch Preise sind, was vielleicht gar nicht so diesem Markt gerade entsprechen. Sucht man eher die Ruhe, die Kultur, die Kulinarik hier oder ist es mehr schon ein bisschen sehen und gesehen werden am Mondsee? Ich glaube, dass ein gesunder Mix ist, aber im Vordergrund glaube ich schon, dass es hier eher um die Kulinarik geht, um die Ruhe, um den See und einfach entspannte Tage zu verbringen. Und das ist hier natürlich wie überall gibt es diese Hotspots, wo sich das sehen und gesehen werden ein Thema ist. Aber ich glaube, da gibt es andere Regionen in Österreich, wo das noch präsenter ist. Und generell, ihr seid sehr breit aufgestellt vom Portfolio her. Ich habe immer mehr den Eindruck im Salzkammergut ist Off-Market mehr als On-Market. Warum ist das so? Warum gibt es so viel Off-Market-Immobilien? Da hast du absolut recht. Also das Off-Market-Thema ist bei uns eine große Thematik. Hat diesen Grund. Einerseits gibt es natürlich bei den Seen sehr namhafte Verkäufer. Und die wollen einfach nicht, dass das so in der Öffentlichkeit so präsent ist. Und da ist auch Diskretion die oberste Priorität für die. Und deshalb gibt es auch einige Verkäufer, die sagen, ja, ich will verkaufen, aber Off-Market, diskret. Und da braucht man auch sehr viel Fingerspitzengefühl, weil die wollen nicht, dass das an die große Masse angeboten wird, sondern gezielt an dieses Klientel, wo die Suchketerien dazu passen zu dem Projekt. Also das ist für die ganz wichtig. Das heißt, du betreibst eigentlich dann eine Kundenliste, wo du direkt angehst und sagst, bitte, ich hätte da etwas, das wird einfach nicht an die große Glocke gehängt, wie man so schön sagt. Genau. Und was man auch beachten muss, gerade in diesem High-End-Bereich, das sind halt Objekte, die verkaufe ich nicht in ein paar Wochen. Und wenn ich auf den Markt gehe, muss ich halt sehr auf die Qualität achten. Das fängt bei Marketing an, weil es so High-End-Immobilie darf nicht zum Ladenhüter werden. Und ob man einen gewissen Zeitraum am Markt, ist es oft eine Problematik und man muss bei solchen Immobilien sehr feinfühlig mit dem Verkauf umgehen. Aber natürlich, jeder Immobilienmakler wünscht sich den Online-Verkauf, ist klar, weil ich dadurch einfach ganz andere Reichweite generiere, international sowie auch national. Und ich hier einfach eine viel größere Zielgruppe habe. Möchtest du unseren Zuschauern noch dein Lieblingsplatz vielleicht verraten am Mondsee? Das ist sehr einfach für mich, das zu beantworten, weil wir befinden uns da gerade. Wir sind heute hier beim Ambiente am Riesnerhof. Deshalb habe ich mir auch dieses Platz ausgesucht, weil ich glaube, wir sehen, das ist definitiv ein Ort zum Entspannen. Und ich bin hier sehr, sehr gerne hier oben für eine Tasse Kaffee. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du mich genau heute hier besuchst. Und unweit vom Lieblingsplatz, vom Kevin Ferstl, haben wir auch das Projekt von Ferstl Immobilien, den Sonnenhang. Und um uns dieses Projekt näher zu bringen, haben wir noch einen weiteren Gast, beziehungsweise eine Gästin, nämlich die Projektexpertin Caroline Igleseder-Jurikowski. Hallo und herzlich willkommen, Caroline. Vielen Dank, dass ich auch da sein darf, Bernd, und dir das neue Projekt vorstellen kann. Danke. Der Sonnenhang, wie der Name schon sagt, jetzt sind wir da, der Mondsee schaut ja aus wie ein Halbmond. Auf welchen Ufer schaut der Sonnenhang hin? Also wir schauen mit dem Projekt direkt an das Südufer, sozusagen den ganzen See entlang, soweit das Auge reicht. Und haben natürlich auch dieses herrliche Bergpanorama als Aussichtspunkt. Jetzt haben wir, das Projekt ist ja klein und fein. Wie viele Wohneinheiten gibt es in Summe? Wir haben vier Wohneinheiten verfügbar und zwei davon sind bereits verkauft, also 50 Prozent sind an den Mann gebracht. Aha, oder an die Frau. Also generell, wann wird es denn fertig sein, das Projekt? Voraussichtlicher Fertigstellungstermin wird Winter 2023 sein. Jetzt haben wir, ich habe nur ein bisschen gelesen, wir haben ja hier eine ganz spezielle Architektur. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Sehr gerne. Also wir haben wirklich darauf geschaut, dass sich das Objekt in die Umgebung gut einpasst. Wir haben eine sehr klare Linienstruktur, auch mit einer wirklich außergewöhnlichen edlen Fassadengestaltung, sodass es unglaublich gut in die Umgebung einpasst. Jetzt gibt es die freien Einheiten, zwei haben wir noch, wenn ich richtig rechne. Könntest du uns ein bisschen erzählen zu der ersten Einheit? Sehr gerne. Also die erste Einheit befindet sich im ersten Obergeschoss, darunter ist nur das Erdgeschoss und die Tiefgarage. Also es ist ein großer Wohnkomfort da, damit man von der Tiefgarage, also mit dem Lift, gelangt man dann direkt in die Wohnung auch. Wir haben 154 Quadratmeter Wohnfläche plus Terrasse, die ist über beide, also über die Schlafzimmer aus begehbar sozusagen. Und dann hat eben das Wohnzimmer nochmal eine schöne große Lodge hier, an der man sozusagen seine Freistunden draußen verbringen kann. Das heißt, ich kann vom Schlafzimmer, vom Wohnzimmer die Luft und das Ambiente des schönen Mondsees inhalieren. Auch vom Osten, also sprich vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang das genießen. Und das berühmte Naturschauspiel, was der Kevin vorher angesprochen hat, auch anschauen. So ist es, ganz genau. Was gibt es denn für Features bei dem Projekt? Gibt es noch Specials dazu im Bereich Komfort, weil du Komfort erwähnt hast? So ist es. Also wie gesagt, ganz wichtig ist natürlich der Personenlift von der Tiefgarage rauf in das jeweilige Stockwerk, sodass man wirklich bequem sich den Alltag stellen kann. Dann natürlich haben wir zwei Bäder. Eines davon hat eine schöne Saunalandschaft drinnen, sodass man sich auch den Wellnessbereich zu Hause schon gönnen kann. Hochqualitativausstattungen, also vom Parkettböden natürlich bis zu ganz hochwertigen Sanitärausstattungen. Alles sehr luftig, sehr leicht gemacht, sodass es zeitlos ist. Was wir auch noch haben, ist eine sehr schöne Raumhöhe, also von 2,70 Meter, sodass man wirklich ein bisschen ein Hoheitsgefühl auch hat. Da ist schon einiges geboten. Die zweite Einheit ist das Penthouse, das heißt ganz oben. Ganz oben, das Schmuckstück sozusagen, der Wohnanlage. Hier haben wir 174 Quadratmeter Wohnfläche. Auch ein wunderbares Wohnzimmer mit offener Wohnküche. Auch ein Kaminplatz, sodass man sagt, man kann eine offene Feuerstelle dorthin machen. Wir haben eine Terrassenfläche von circa 100 Quadratmetern, also die sich über die ganze Süd- und Ostseite erstreckt. Da kann man schon wirklich schöne Stunden genießen. Dort haben wir auch geplant, einen herrlichen Whirlpool, sodass man dann wirklich am Abend sich schöne Stunden draußen gönnen kann und sich entspannen kann. Der berühmte Sundowner im Penthouse. So ist es, ganz genau. Da kann man natürlich auch seine Freunde dann willkommen heißen. Da kann ich mir tolle Abende und tolle Morgen vorstellen mit dem Sonnenaufgang, den haben wir ja noch nicht erwähnt. Sehr generell, könntest du uns noch ein bisschen von der Lage her erzählen, was gibt es in der Nähe? Wie lange braucht man in die Stadt Mondsee, nach Salzburg? So ein bisschen, dass wir uns von der Orientierung noch zurechtfinden? Die Marktgemeinde Mondsee hat circa 4000 Einwohner. Es ist überschaubar, aber die Gemeinde an sich hat wirklich eine tolle Infrastruktur. Wir haben angefangen von den Kindergärten, Schulen, Ärzten, Einkaufen. Es ist alles da, wie wir auch schon gehört haben. Die Restaurants und Gasthäuser sind wirklich hervorragend. Und man hat eben auch den Anschluss an die Westautobahn. Sprich, man ist in einer halben Stunde in der Festspielstadt in Salzburg und kann natürlich dort auch nochmal das gesamte kulturelle Ambiente genießen. Und shoppen gehen. Und shoppen gehen natürlich, für uns Damen und auch manchmal die Herren, sehr wichtig. Vielen Dank für die Vorstellung des Projekts Sonnenhang und danke, dass du die Zeit genommen hast, uns das Projekt näher zu bringen. Ich sage vielen Dank, dass wir es präsentieren durften. Ja, das war unsere Seereihe Mondsee Teil 1. Für alle Immobilien, die auch im Bereich Mondsee liegen, freue ich mich, wenn ihr unsere Website findmyhome.at slash premiumliving besucht. Einen sonnigen, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.